Ich erinnere mich, ich erinnere mich genau an jenen Tag des Jahres 1705. Wir segelten auf der Andromeda gen Westen, den neuen Ländern entgegen. Seit einigen Wochen hatte keiner von uns etwas anderes gesehen, als die endlose See von Horizont zu Horizont. An jenem Tag hatten wir bereits in den frühen Morgenstunden ein Unwetter gesichtet, das sich in unserem Rücken zusammenbraute. In Anbetracht der Größe des Sturms hatten wir wohl keine Aussichten, mit einer Kursänderung der wachsenden Wolkenfront ausweichen zu können. Unser Kapitän, ein tüchtiger Mann namens Martens, ließ uns das Schiff auf die bevorstehende Begegnung mit den unbändigen Mächten der Natur vorbereiten. Als sein erster Offizier kontrollierte ich die Tauer, während die Mannschaft die Ladung sicherte. Die Sonne hatte bereits ihren höchsten Punkt vor einigen Stunden überschritten, als uns die ersten Ausläufer des Sturms erreichten. Martens ließ die Segel einholen und befahl den Männern, sich selbst auf die kommenden Stunden vorzubereiten. Ich selbst bin kein sonderlich gläubiger Mensch gewesen, aber angesichts dieses bedrohlichen Schauspiels, das im Begriff war, über uns hereinzubrechen, murmelte sogar ich ein kleines Gebet an Walo vor mich hin, auf das er uns, seine kleinen Schöpfungen, beschützen möge. In einer letzten kleinen Runde kontrollierte ich, ob sich alle fest mit einem Tau am Schiff festgebunden hatten, bevor ich mir selbst ein Seil umlegte. Ich weiß bis heute nicht, wie viele Stunden unser Schiff in der wütenden Umklammerung des Sturms hin- und hergeschmissen wurde. Für uns alle waren es gewiss die längsten Stunden unseres Lebens. Auf jede überstandene Minute folgte eine neue, die länger anzudauern schien als die vorangegangene. Auf jede Welle, der unser Schiff entkam, folgte ein neuer, brodelnder Wasserberg, der höher schien als der vorangegangene. Die Wucht der Schläge, mit denen unser Schiff wie ein Spielzeug umhergeworfen wurde, erschütterte das Mark in unseren Knochen und ließ das Holz des Schiffes aufstöhnen. Ich erinnere mich, wie ich meinen angsterfüllten Blick in den Himmel richtete und voller Sorge unseren Hauptmast betrachtete. Die Andromeda war ein widerstandsfähiges Schiff, entworfen und gebaut, um die gefährliche Fahrt über den Atlantik zu meistern. Doch auch der stärkste Stamm hatte seine Grenzen. Ein Blitz erhellte die Gestalt unseres Kapitäns, der gemeinsam mit zwei anderen Matrosen am Steuerrad stand und um die Kontrolle über das Schiff rang. Es war ein beeindruckender Anblick. Seine wie bei uns allen komplett durchnässte Kleidung klebte an seinem Körper und sein halblanges Haar wehte hinter ihm wie eine Flagge im uns umgebenden Sturm. Für das, was dieser Mann für uns an diesem Tag geleistet hat, gebührt ihm unser ewig dauernder Respekt. Eigentlich hätte mein Platz an seiner Seite sein sollen, doch die schiere Übermacht der Natur fesselte mich wie die meisten unserer Leute an das Decke unseres Schiffes. In diesem Moment hasste ich mich selbst für meine Feigheit. Ein paar endlose Minuten später, in denen ich einen Kampf in meinem Inneren ausgefochten hatte, zog ich mich mühsam an der Reling hoch und arbeitete mich langsam in Richtung des Steuerrades vor. Nur einen Moment später bereute ich meinen Beschluss, als ein besonders heftiger Ruck durch den Rumpf der Andromeda fuhr und ich einige Meter nach hinten durch die Luft flog. Ich landete äußerst unsanft auf meiner linken Schulter und ein stechender Schmerz durchzuckte meinen Körper. Im selben Moment erklang ein unheilverkündnis Ächzen und Knacken. Unter großer Anstrengung warf ich mich herum und sah meine Befürchtungen bestätigt. Der Hauptmast hatte etwa sechs Fuß über dem Deck nachgegeben und drehte sich nun langsam zur Seite weg. Ich schrie eine Warnung hinaus in das ohrenbetäubende Brüllen des Windes, als ob es irgendjemanden nützen würde. Da erfasste eine Windböe den herabstürzenden Mast, sodass dieser nicht seitlich wegknickte, sondern sich weiter Richtung Heck drehte. Mit einem neuerlichen Krachen donnerte der Hauptmast gegen den Kreuzmast und durchtrennte diesen etwa auf halber Höhe. Bruchstücke regneten auf das Schiff herab. Ich sah das entsetzenden Kapitän Martens Gesicht aufblitzen, gefolgt von der Gleichgültigkeit eines Mannes, der die Unausweichlichkeit seines Untergangs erkannt hatte. Es gab keinen Ausweg, keinen sicheren Ort für die drei Männer, die da oben am Steuerrad um unser aller Schicksal gerungen hatten. Ich wendete meinen Blick ab, als ein Trümmerstück Martens am Kopf traf und das Leben des stolzen Mannes mit einem Schlag beendete. Nun lag es in meiner Hand, um das Leben der Besatzung zu kämpfen. Zu lange hatte ich mich vor meiner Aufgabe gedrückt, doch nun stolperte ich wieder vorwärts auf die Überreste des Hauptmastes zu, der quer über dem Schiff lag und bereits begann, zur Steuerbordseite herunterzurutschen. »Kappt die Seile«, rief ich gegen das Heulen des Sturms an. »Wir müssen den Mast losschneiden oder wird uns mit in die Tiefe reißen.« Der Großteil der Männer war noch vor Schreck gelähmt und machte keine Anzeichen, auch nur meine Worte zu begreifen. Doch ein paar hatten sich schneller wieder gefasst und gemeinsam begannen wir, uns von der nutzlosen Mast zu befreien. Irgendwie schafften wir es, ohne uns gegenseitig mit unseren Messern aufzuschlitzen, das Gewirr aus Tauen zu lösen. Ohne dem Gewicht des großen Hauptmastes hatten wir mehr Auftrieb und gleichzeitig einen niedrigeren Schwerpunkt, was in unserer aktuellen Situation ein nicht zu verachtender Vorteil war. Aber die Steuervorrichtung war zerstört. Uns blieb also nichts übrig, als abzuwarten, führerlos der Laune des Unwetters ausgeliefert und zu beten. Irgendwann, lange nachdem uns die Hoffnung auf Erlösung verlassen hatte, bemerkte ich das helle Licht. Mit letzter Kraft hob ich den Kopf und sah, dass der Mond das nasse Deck in einem silbernen Licht funkeln ließ. Als ich meinen Kopf weiterhob, musste ich blinzeln, denn der Anblick des Vollmondes blendete mich nach der Dunkelheit des Sturms. Seltsamerweise waren nur noch ein paar vereinzelte Wolkenfetzen am Nachthimmel sichtbar. Die See schien auf einmal unnatürlich ruhig, nur ein leises Knarzen unseres Schiffes oder dessen, was davon übrig geblieben war, war zu hören. Ein krächzender Ton, der von hinter mir kam, ließ mich zusammenfahren. Als ich mich herumwälzte, erkannte ich einen der Seemänner, der über der Reling hing und mit dem ausgestreckten rechten Arm auf etwas zeigte, das ich von meiner niedrigen Position nicht erkennen konnte. Der Ton, den der Mann von sich gab, war ein Lachen. Seine Stimme war von den Stunden des Sturms gezeichnet, in denen sich der Matrose wie wir alle die Seele aus dem Leib geschrien hatte. Die Neugier gab mir neue Kraft und ich zog mich neben ihm hoch. Tränen rannen über meine Wangen, als ich erblickte, was auch der Matrose gesehen hatte. Das Meer war glatt und ohne jeden Makel. Und kaum mehr als eine Meile von uns entfernt, umgeben von den Spiegelbildern der Sterne, lag eine Insel. Dieser Anblick war der Inbegriff der Schönheit der Schöpfung selbst. Der breite Sandstrand reflektierte das Mondlicht und schimmerte wie ein Streifen flüssigen Silbers. Dahinter reckten Palmen ihre Kronen in den Himmel, so mächtig und stolz wie die Könige vergessener Zeitalter. Das geheimnisvolle Halbdunkel unter dem tropischen Wald wurde nur von einzelnen Strahlen silbrigen Lichts durchbrochen, die durch das Blätterdach drangen. Über dem tropischen Blätterdach erhob sich ein einziger, gigantischer Berg, der so hoch war, dass der Gipfel mit Schnee bedeckt war. Die Form des Felsmassivs ließ vermuten, dass es sich dabei um einen Vulkan handelte. Die Welt schien den Atem anzuhalten. Absolute Stille lag über dem Meer. Die Palmen wirkten so starr wie Statuen und ich begann mich zu fragen, ob dies hier wirklich real sein konnte. Vielleicht hatten wir den Kampf gegen das Unwetter verloren und unsere Körper sanken gerade mit den Überresten des Schiffes in die schwarze Tiefe der See herab. Da versetzte ein Windstoß das Palmenmeer in Bewegung. Ein einsames Wesen stieg zwischen den Bäumen hervor. Auf dem ersten Blick schien es sich um eine Art tropischen Vogel zu handeln, nur dass dieser größer war als alles, was ich zuvor gesehen hatte. Sein weißes Federkleid strahlte so hell im Mondlicht, dass ich unwillkürlich blinzeln musste. Der anmutige Vogel drehte eine weite Runde über den Baumdächern und stieß einen langgezogenen, sehnsüchtigen Schrei aus. Wie in Zeitlupe schien das Wesen dahin zu gleiten, bis es hinter dem Berg verschwand. Eine ganze Weile starte ich auf die Insel und wartete, dessen Bewohner ein weiteres Mal zu Gesicht zu bekommen. Als ich meinen Blick schließlich losriss und in die Realität zurückkehrte, merkte ich, dass die Insel nur noch als kleiner Punkt am Horizont auszumachen war. Noch immer glich der Ozean der glatten Oberfläche eines Spiegels und der Mond wachte über uns am wolkenfreien Nachthimmel. Die Erschöpfung übermannte mich und ich fiel auf den Rücken auf das Deck. Der einzige Beweis, den der Sturm hinterlassen hatte, schien unser ramponiertes Schiff. Meinen Blick auf die unzähligen Sterne gerichtet, schlief ich ein, in dem Bewusstsein, dass der Mond über uns wachte. Am nächsten Morgen begegnete uns ein Schiff, das uns an Bord nahm und zur nächsten Siedlung brachte. Als ich ihnen unsere Geschichte erzählte, schienen die Matrosen verwundert und der Kapitän versicherte uns, dass sich in diesen Gewässern keine solche Insel befand. In den folgenden Jahren habe ich mehrfach vergeblich versucht, diesen Ort wiederzufinden. Glaubt mir oder glaubt mir nicht, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Wir verdanken unser lieben Walo, der uns seine Schöpfung beschützte und uns die Wunder der Schönheit dieser Welt zeigte. Aus diesem Grund habe ich dieses Kloster gegründet und beschlossen, meine ganze Kraft der Verteidigung der Schöpfung zu widmen.